Nach mittlerweile über vier Jahren Entwicklungsirrfahrt nähert sich Skull & Bones dem Release-Hafen und zwar schon am 8.11. diesen Jahres. Trotz alledem wird das Spiel weiterhin kontrovers diskutiert. Warum meiner Meinung nach die Erwartungshaltung von einigen falsch ist im Bezug auf Skull & Bones und ich trotzdem der Meinung bin, dass das Spiel berechtigterweise nicht jedem gefallen wird, das erzähle ich euch im Video. Skull & Bones ist mittlerweile so lange in Entwicklung, dass glaube ich nicht mal die Entwickler selbst noch wissen, wann sie eigentlich mit dem Spiel angefangen haben. Zwischendurch wurde zum Teil das ganze Konzept von Skull & Bones über Bord geworfen, wieder neu aufgegriffen, dann nochmal ummodelliert und so weiter und so fort, dass man sich zu Recht die Frage stellen darf, kann das überhaupt noch gut werden? Und ja, das kann es meiner Meinung nach, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung an Skull & Bones herangeht. Das Problem, das ich nämlich immer wieder in den Kommentarbereichen sehe, ist, dass viele Spieler etwas Falsches erwarten. Skull & Bones war von Anfang an als Piratenspiel, aber eben mit dem Hauptfokus auf die Schifffahrt angekündigt. Von einem wilden Piratenabenteuer à la Assassin's Creed 4 oder vielleicht sogar einem Multiplayer-Schatzsuch-Piratenspaß in Richtung Sea of Thieves war eigentlich von Seiten Ubisofts nie die Rede. Und daran hat sich auch in den letzten Jahren nichts geändert. Von der ersten Ankündigung an war eigentlich klar, das, was wir hier bekommen, wird ein Spiel, in dem es ums Schifffahren geht. Und genau da liegt auch das Problem, was viele momentane Kritiker von Skull & Bones, glaube ich, haben. Ich kann jeden verstehen, der Bock auf ein Assassin's Creed 2.0 im Multiplayer-Setting von mir aus gehabt hätte. Aber das war so ja nie angekündigt. Auch wenn natürlich Skull & Bones mit seinen Schiffskämpfen schon sehr arg nicht nur an die Schiffskämpfe von Assassin's Creed erinnert, sondern eigentlich fast genauso aussieht. Aber, und das ist jetzt auch klar, ein Assassin's Creed 4 2.0 bekommen wir definitiv nicht. So wird es zum Beispiel nicht möglich sein, aktiv ein anderes Schiff zu entern. Natürlich, wir haben den Schiffkampf, wir beschießen uns gegenseitig. Wenn es aber darum geht, dass meine Crew das andere Schiff entert, dann werde ich als eine Third-Person-Spielfigur nicht dabei sein und quasi direkt in den Kampf gehen, sondern, ja, mehr oder weniger auf einen Statusbildschirm schauen, beziehungsweise mir eine kleine Zwischensequenz angucken. Auch werde ich nicht an den Inseln von Bord gehen und nach Schätzen suchen. Es gibt zwar so eine Art Social Hub, in denen ich auch meinen Charakter sehen kann, also in denen ich in der Third-Person rumlaufe und handele und mein Schiff ausbaut und so weiter. Aber es wird eben bis auf ganz kleine Ausnahmen in diesen Social Hubs nicht die Möglichkeit geben, wie zum Beispiel in Sea of Thieves an Land zu gehen, mit einer Schatzkarte und dort einen Schatz zu suchen. Und nun fragt man natürlich zu Recht, wem soll das Spaß machen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, denn vom Prinzip her erinnert Skull & Bones vom Gameplay an sich eher an Spiele wie zum Beispiel Elite oder die Act-Serie. Klar, das sind Weltraumspiele und in Skull & Bones sind wir auf der Erde auf dem Wasser unterwegs, aber das Prinzip ist dasselbe. In zum Beispiel der Elite-Serie habe ich auch mein Raumschiff. Ich beginne mit einem kleinen Raumschiff, so wie ich eben in Skull & Bones mit einer kleinen Schaluppe beginne. Und dann fliege ich mit meinem Raumschiff durchs Weltall und handle oder betreibe Piraterie oder erfülle kleine Aufträge und so weiter, um eben an Geld zu kommen, um mir immer stärkere und größere Schiffe zu kaufen, um dann eben noch weiter in die Weiten des Alls vorzustoßen und so weiter. Es gibt dabei zwar eine übergeordnete Story irgendwo in diesen Elite-Spielen, aber die eigentliche Faszination in dem Spiel ist es eben meine eigene Geschichte zu schreiben, das heißt mit meinem Schiff unterwegs zu sein, nach immer größeren Schiffen zu streben und eben immer mehr zu entdecken. Und genau so oder jedenfalls so ähnlich funktioniert eben auch ein Skull & Bones, denn hier haben wir auch keine richtige Story-Kampagne. Es wird wohl sowas wie einen roten Faden geben, aber eben nicht eine große Story-Kampagne. Nein, hier haben wir es dann doch eher wie eben bei diesen Weltraumspielen und zwar, dass das Ganze eben dann doch eher ein bisschen systemischer vonstatten geht. Wir haben eine Sandbox-Welt, wir haben diesen fiktiven Indischen Ozean, sag ich mal. Das Ganze spielt im Indischen Ozean, ist dabei aber fiktional, jedenfalls von der Inselanordnung und schreiben da sozusagen unsere eigene Geschichte. Wir fangen als kleiner Pirat an mit unserer kleinen Schaluppe, ähnlich wie im Weltraum mit den Raumschiffen und sehen dann eben zu, dass wir über Aufträge und über Piraterie und über dies und über das immer mehr Geld verdienen, um uns größere Schiffe zu kaufen, um die Schiffe immer weiter auszubauen, mit neuen Kanonen auszustatten und so weiter. Nebenbei entdecken wir den Ozean, also ähnlich wie das Weltall, auch wenn der Ozean kleiner ist, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vom Gefühl her denke ich, dass das Ganze gameplaytechnisch viel näher eben an diesen Weltraumspielen dran ist, als eben an einem Assassin's Creed oder auch an einem Sea of Thieves und das ist der Knackpunkt. Viele wollten wahrscheinlich ein richtiges Piratenspiel à la Assassin's Creed 4 und das bekommen sie hier nicht. Und Leute, die sowas erwarten, werden auch am Ende des Tages mit Skull & Bones, glaube ich, nicht den großen Spaß haben. Im Umkehrschluss wiederum, wenn man gerne Spiele wie Elite und Acts und Freelancer und wie sie alle heißen spielt und denn vielleicht sogar noch Piraten ganz geil findet, wird man, glaube ich, schon viel Freude mit Skull & Bones haben können. Ich habe auf jeden Fall schon ziemlich Bock darauf, mit einer kleinen Schaluppe anzufangen, immer weiter den Ozean zu erkunden, dabei immer größere Schiffe zu erwerben, mein Schiff immer größer auszubauen, die Crew zu erweitern und so weiter, um dann am Ende eben als fetter Piratenkapitän den ganzen Ozean in- und auswendig zu kennen. Und natürlich kann ich auch die normalen Bedenken, die man bei einem Ubisoft-Titel hat, auch in diesem Fall verstehen. Es wird wieder, das weiß man ja schon, einen In-Game-Shop geben, in dem ich mir eben Klamotten und so weiter kaufen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich wieder irgendwie ein bisschen ungeil, auf der anderen Seite aber so gewohnt wie der Kaffee zum Frühstück. Und wie auch in jedem anderen Spiel gilt da auch bei Skull & Bones, wenn ich keinen Bock darauf habe, mir optische, hoffentlich nur optische, Items zu kaufen, dann lasse ich den Shop eben links liegen. Hier bleibt natürlich abzuwarten, ob Ubisoft fräfelig ist und vielleicht auch noch Upgrades und ähnliche Sachen in den Shop tut oder ob Ubisoft es da bei optischen Items belässt. Weil solange das Ganze nur optisch ist, kann man es eben wie gesagt ignorieren, wenn das Ganze in Richtung Pay-to-Progress oder Pay-to-Win geht, ist es ja dann immer schon ein bisschen schwieriger. Eine gute Sache gibt es aber auch noch zu berichten in Bezug auf Skull & Bones, auch ein Thema, was für viele immer eine Rolle spielt. Und zwar wird Skull & Bones nicht ausschließlich ein Internetspiel sein, also nicht ausschließlich ein Multiplayer-Spiel. Wir können das Ganze auch Solo spielen oder eben im Koop. Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, Skull & Bones als Shared-World-Erfahrung zu spielen. Also eben, dass ihr auf dem Ozean unterwegs seid und mit euch auch noch andere Spieler da rumfahren, mit denen ihr auch in PvP-Kämpfe treten könnt. Das Ganze lässt sich aber auch ausschalten. Das bedeutet, ihr könnt diese Option auch einfach links liegen lassen und Solo ganz in Ruhe für euch ohne aufploppende, dumme andere Spielernamen oder ohne einen Chat den indischen Ozean unsicher machen und somit ungestört das Ganze erleben. Finde ich persönlich auf jeden Fall eine gute Sache und einen richtigen Schritt, gerade in Zeiten, wo man doch versucht, als Publisher immer irgendwie alles Multiplayer-fähig und Multiplayer-only zu machen. Da ist so eine Option meiner Meinung nach ganz schön. Denn nicht jeder hat Bock darauf, mit anderen Spielern in den Kampf zu treten bzw. generell in seinem Spielerlebnis gestört zu werden. Alles in allem muss man sagen, wer von Skull & Bones ein richtig fettes Piraten-Erlebnis mit allem drum und dran erwartet, der sollte vielleicht die Finger davon lassen und lieber nochmal Assassin's Creed 4 spielen. Wer von Skull & Bones eine juckzige Piratensause a la Sea of Thieves erwartet, mit witzigen Landgängen und Schätze ausbuddeln und so weiter, der sollte auch lieber bei Sea of Thieves bleiben. Wer aber Bock hat auf eine Alternative zu Sea of Thieves und nebenbei eben auch noch gerne Weltraumspiele a la Elite und Freelancer spielt, der könnte bei Skull & Bones vielleicht genau richtig sein. Ich als Fan dieser Spiele freue mich auf jeden Fall sehr auf den Release, wobei ich natürlich auch erstmal nur vorsichtig optimistisch bin, weil ja fast keiner bisher selbst Hand anlegen durfte. Was ist eure Meinung zu Skull & Bones? Ist euch das Ganze zu viel Schifffahrt und hättet ihr lieber ein umfangreiches Piraten-Abenteuer, also sozusagen ein Assassin's Creed 4 Remastered gehabt oder taugt euch das Ganze? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Skull & Bones versorgt zu sein. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal reingehauen.